Am Sonntagabend wurden in Los Angeles die diesjährigen Oscars verliehen. Der deutsche Film im Westen nichts Neues konnte vier der begehrten Trophäen einheimsen, hier alle Gewinnerinnen im Überblick. Auch zahlreiche musikalische Performances fanden statt. Eine traurige wie nötige Tradition bei der Verleihung ist es, jedes Jahr der verstorbenen Schauspielerinnen und Filmschaffenden zu gedenken. Auch dieses Jahr war die Liste wieder viel zu lang. In den vergangenen Monaten starben unter anderem Olivia Newton, John, Angela Lansbury, Ray Liotta, Jean, Lue Godard, Irene Kerrer, Kirstie Ellie, Raquel Welch, Nichelle Nichols, Burt Beckerik und Vangelis. Deren Bilder wurden neben rund 200 weiteren am Sonntag im von John Travolta anmoderierten In Memoriam-Segment gezeigt, das von einer Live-Performance von Lenny Kravitz untermalt wurde, der den Song Calling All Angels spielte. Seht hier ein Video des Segments. John Travolta choked ab, wenn Referencing His Lady Grisko, Star Olivia Newton, John Weil introducing the Oscars in Memoriam-Segment, featuring Lenny Kravitzpick.twitter.com slash jwkzmy1hp Noftis, at Noftis Niffs, March 13, 2023 via Twitter stellten zahlreiche Zuschauerinnen so gleich fest, dass diese zwar lange Liste dennoch alles andere als vollständig war. Zu den nicht, genannten, den sogenannten Snaps, zählen Charles Bidin, Hauptdarstellerin aus Triangle of Sadness, die im Alter von 32 Jahren plötzlich verstarb, Anne Heesch, die nach einem Autounfall im August ums Leben kam, Paul Solvino, Goodfellas, und Tom Seismore, der in seiner langen Karriere unter anderem durch eine Rolle in der Soldat James Rhein bekannt wurde. Die Gründe für deren Abwesenheit sind teilweise nicht bekannt. Seismore aber zum Beispiel starb Anfang März 2023 und in die Liste werden wohl nur jeweils im Vorjahr Verstorbene aufgenommen. Moderator Jimmy Kimmel fragte die Anwesenden zuvor, ob Robert Blake Daldes in Memoriam, Segments hätte werden sollen. Blake starb wenige Tage zuvor mit 89 Jahren in Los Angeles. Er gewann einen Emmy für BarEater und war unter anderem in Encoldblatt und Lost Highway zu sehen. Seine Karriere endete 2001, als er des Mordes an seiner Frau Bonnie Lee Buckley angeklagt wurde. Blake wurde freigesprochen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017